Unsere Generation will oft alles für nichts. Wir wollen funktionierende Beziehungen, ohne daran zu arbeiten. Wir wollen mehr Liebe, ohne Zuneigung zu schenken. Wir wollen bewussteren Konsum, ohne bei unserem eigenen anzufangen. Wir wollen die Welt retten, ohne was dafür zu tun. Doch 5000 Jugendliche in Österreich zeigen nun eines. Sie wollen helfen, ohne Kompromiss. Ich bin Maddie von Daria Daria und ich unterstütze 72 Stunden ohne Kompromiss, weil es Zeit ist, Engagement zu zeigen. Wir nehmen, füllen die Hände und geben die Herzen.